119 zum vorbericht zum zweiten topspiel der woche am stück wieder samstagabendspiel diesmal der südschlager gegen die bayern zu hause schalke 2 zu 1 vfb niederlage auf schalke beim tabellenletzten aus geysenkirchen ist immer noch unfassbar weil wenn es ein spiel dazu nicht verlieren darfst dann war es das hier trotzdem der vfb jetzt natürlich geschafft logischerweise ist zu verlieren weil was man wieder nicht gerafft hat halbzeit 1 mal überhaupt nicht verstanden was es hier geht wo man spielt was hier passiert habe schon genug real talk rausgelassen zum schalke spiel gerne das wieder zu abchecken von vor paar tagen verdiene die lage aufgrund der ersten halbzeit an der zweiten ist ein bisschen aufgewacht dann aber selbst da war auch die druckphase nicht nicht lang genug trotzdem wie auch im video angesprochen selbst in diesem dreckspiel war ja ein punkt drin sogar irgendwie na dann am ende des tages auch okay gewesen wäre für uns also nicht nach spielverlauf sondern generell punkt auswärts ist okay nimmt man erstmal mit besser als verlieren logischerweise wie gesagt die führig situation nach sprecht schnell nach dem 1 zu 0 wo es 1 zu 1 stehen kann muss wie auch immer sie lasst der nach dem 2 zu 1 in der druckphase das ding eigentlich reinmachen muss aus fünf metern wenn es sogar sechs zu sieben chancen lauten kicker das war aber wieder absolute dumme blödheit wie wir es halt einfach kennen von uns und ja eine woche nach dem zu null heimsieg mal wieder von diesem schwung gar nichts mitgenommen tabellensituationen und damit spitze sich unten noch weiter zu es wird unerträglich eng da unten schalke auf 16 punkten jetzt drei punkte weg von bochum hoffenheim und uns alle auf 19 die härter auf 20 und augsburg auf 24 nämlich auch noch mit rein hier ja jedes wochenende wird irgendwas passieren jedes wochenende wird irgendwas passieren ständig irgendwie direkten duelle natürlich auch noch das wird jetzt richtig richtig anstrengend die letzten zwölf spielt da gesetzt sind vor allem eben wenn wir es nicht hinbekommen was wir offensichtlich hinten bisher noch nicht hinbekommen haben unsere fucking auswärts schwäche abzustellen weil ich die gesamten direkten duelle da ganz unten tiefen abstiegskampf für uns sind ja auswärts bochum augsburg hertha sind alles auswärts spiele nur dann hoffenheim ist ein heimspiel dann im direkten vergleich wenn die da auch bis zum ende noch unten bleiben eben am 34 spieltag letzten spieltag zu hause ist hoffenheim sonst alles interessante direkte duelle sechs punkte spiele alle auswärts 1893 des bundesliga spiel weil eins davon von den direkten duellen ist es nämlich da unten dieses berüchtete spiel es gab ein bild und auch den aufruf von kommando kannstadt der aufgetaucht ist alle nach bochum egal ob sitz oder stehplatz geld für motto schon einpacken weitere infos folgen spiel ist tatsächlich immer nicht genau terminiert das wird wohl diese woche noch passieren vermutlich morgen am freitag und tickets für dieses auswärts spiel in bochum gibt es ab dem 8 märz also da beginnt der mitglieder verkauf und dieser motto schal und dieses motto alle nach bochum hat auch seinen grund dieses spiel am 27 spieltag wird nämlich das 1893 bundesligaspiel des vfb stuttgart werden werle interview weil alex werle hat im kick-on-interview gegeben wo auch ein paar interessanten sachen dabei sind zum beispiel stellt er paar dinge in frage vor allem thema transfers hier er zweifelt an den 100 millionen transfer plus die unter missen hat erwirtschaftet wurden die oft so genannt werden auch von mir oft genannt werden wenn man es auch so auf transfermarkt der ec zu wenn man direkt mal drauf guckt er sagt auch die beteiligung von klubs spielern berater provisionen wenn man die berücksichtigt und eben auch die eigenen transfer investitionen für spieler und berater berücksichtigt dann sei man von der 100 millionen überschuss sei man in der netto betrachtung ganz weit weg und das hat der aussage ebenfalls auch kritik an laien die wohl zu viel gehalt ja einfach nichts laufen lassen und eben auch katerplätze blockieren auch für jugendspieler nachwuchsspieler katerplätze den blockieren er befürchtet keinen ausverkauf im sommer bin ich grundlegend anderer meinung selbst wenn man drin bleibt da wird es da wird einiges passieren wahrscheinlich für ihn geht es auch darum dass eben alle spiele alle spieler verträge haben auch für die zweite liga da schon mal interessant er hat gesagt alle spieler haben verträge für die zweite liga nur wenige profis würden eine ausstiegsklausel haben würden über eine ausstiegsklausel verfügen und das wundern doch ein bisschen weil es hieß ja immer keiner bekommt ausstiegsklauseln hieß es in sachen müssen hat immer keiner bekommt ausstiegsklauseln und es haben ja alle eigentlich misslient hat trans transfers misslient hat verträge sorry außer borna soza der ist ja noch von 2018 da wobei ich glaube ich bei dem auch verlängert wurde also von dem an müssten ja eigentlich alle alle misslient verträge haben oder hieß es immer es kriegt keine ausstiegsklausel selbst wenn es nur wenige sind scheinbar haben nun doch welche klauseln ob das jetzt an geld gebunden ist also an transfersumme gebunden ist ob es an keine ahnung klassenheit oder sowas gebunden ist immer die andere frage aber scheinbar haben welche was interessante interessante aussage von werle und anschnallen es gibt ein ziel es gibt ein ziel dafür dass eben transfereinnahmen nicht mehr dauerhaft zum schließen von ja von einfach lücken dienen müssen und dieses ziel soll erreicht werden ab der saison 2025 2026 also ein langer weg noch spieler in der pflicht weil jetzt gibt es doch noch mal einen kleinen real talk eine kleine zugabe zum montags video denn für mich sind nun mal wieder 100 prozent die spieler in der pflicht so klar es sind immer die spieler auf dem platz stehen dem einen sagen ist das spiel spielen und entscheiden ist klar aber es gibt auch einen gewissen trainereinfluss für mich aber gerade jetzt und gerade nach so einem spiel wie auf schalke ist das wieder komplett für spieler komplett spieler in der pflicht die ganzen punkte von keine konstanz situation zu spät raffen zu spät aufwachen hinten individuelle fehler dummheiten vorne dummheiten und inkompetenz das ist ja das thema das egal bei welchem trainer materazzo anderthalb jahre lang immer ein paar spiele jetzt labbadia es stellt sich nicht ab es sind immer dieselben probleme die dann auch eigene leistungen natürlich mit dem eigenen arsch wieder einreisen auch ganz klar auch wenn es nur kleine sind vielleicht aber auch fortschritte werden dadurch komplett zunichte gemacht so weil solche gegentore wie auf schalke und so ein chancenwucher wie wir es oft gesehen haben sogar auch auf schalke ja auch gesehen haben das müssen die spieler abstellen fertig aus bayern münchen der rekordmeister kommt in die mercedes-benz arena samstag 18 30 ist am pfiff ich brauche nicht groß zu erzählen dass der kader besser ist dies das die ganzen geschichten bester kader der liga alles klar bisschen hoffnung stiftendes möchte ich hier ein bisschen reinbringen denn die bayern sind für mich keine macht mehr also und dann machen wir aus dem wort macht vielleicht eher das wort macht gefühl dieses unüberwindbaren so das strahlen sie für mich nicht mehr aus so dass haben sie für mich diese saison so wenig wie lange nicht mehr genug ausrutscher dabei gab wie auch gegen uns in der hinrunde des 2-2 ist ja für die bayern auch ein ausrutscher und man sieht es ja auch ganz klar als ohne aufs unser spiel zu beziehen aber generell an der tabellensituation so sind zwar erster klar aber alles extrem eng das dürfte auch den bayern nicht gefallen normalerweise ist da deutlich mehr abstand da und interessant auch die partie ist vor der wichtigsten partie der bayern saison bisher am mittwoch ist das champions league achte final rückspiel gegen psg und klar nach der macht nachdemonstration gegen union das war es durchaus kann man hier vielleicht ein bisschen hoffnung haben dass vielleicht ein bisschen ein kleiner abfall bisschen ruhe ist vielleicht zwischen diesen beiden großen spielen dann wenn sie zu uns kommen uns vielleicht ein bisschen auf die leichte schulter nehmen aufstellung die pressekonferenz war heute und klar ist das erstmal so sehr bei seinen 100 spielen bleibt weil es ja fünfte gelbe der ist gesperrt für den samstag gerassi macht zumindest wieder laufeinheiten natürlich noch nicht noch noch entfernt vom einsatz ito ist fraglich aufgrund von rückenproblem wurde auch deswegen ausgewechselt auf schalke interessant auch müller hieß es habe schon seit wochen handgelenkprobleme natürlich nicht ausschlaggebend dafür aber vielleicht auch kleiner grund dafür dass eben jetzt auch predlo auf jeden fall immer gesetzt ist aktuell und es ist sogar die rede davon dass ein kaderplatz ja in gefahr ist für müller sie hoffen dass er spielen kann aber es könnte sogar sein dass vielleicht sogar ein schock als keeper nummer zwei gegen in das spiel gegen die bayern stellen sie können kader rücken nach verletzungen und das war es eigentlich damit gibt es eigentlich hauptsächlich zwei änderungen meiner startelf links verteidig natürlich ist ja ganz klar wenn man danach geht was aber die ja oft aufgestellt hat dann wird das wohl nachteil werden auf links und auch wenn ich ihn gerne sehen würde aber mit der verletzung und sowas mit den unklarheiten tippe ich jetzt mal ito aus der startelf raus und natürlich wäre der logische ersatz für ihn dann dann axel zagadu also bretlo links natai dax so dinos rechts anton davor karaso endo haraguchi führig silas und ril diaz gefällt mir auf verstören position auch nicht so perfekt klar aber ich würde auch irgendwie dann trotzdem auch kein pfeifer sehen wollen also ich habe da keine andere lösung gerade vorne unbedingt keine daten sind für mich aber durchaus noch ein koulibaly kleine überraschung vielleicht für die startelf wagnoman wurde ja auch recht früh eingewechselt für anton könnte auch eine position eine option werden für rechts das sollte er für mich ja sowieso immer spielen eigentlich dann muss ich echt mal durchsetzen langsam auf rechts und stänze können auch eine option sein aber da gab es nicht so eine große aussage dazu sonst wäre natürlich auch eine option für rechtsverteidiger aber denkt mal nur kader prognose also ganz simpel gesagt mit einer leistung wie auf schalke gibt es aufs maul gegen bayern und zwar nicht zu wenig außer man hört auf diesen sportastrologen den sieg mit siegtor schützen tiago tomasch vorhersagt da gerne das short das real und tik tok aber überall rausgeballert das ding dazu gerne abchecken tik tok echt gut funktioniert er über 20.000 aufrufe aktuell über 1000 likes auf tik tok ganz wildes ding aber anderes thema außer man hört eben auf denen ist klar dass die bayern verfrieden sind und gewinnen ganz ganz logisch letztes mal zu hause gegen bayern gepunktet war 2009 mit dem 0 zu 0 gegen bayern eher auswärts letzter zeit erfolgreich gewesen mit unentschieden und dieser eine sieg zu 18 wir brauchen einen sametag sagt auch labbadia ist ja ganz klar es muss wirklich alles alles vorne bis hinten alles funktionieren trotzdem jetzt kommt ein bisschen schön saufen bisschen hoffnung machen auf spiel nummer eins die stimmung weil klar die stimmung ist aus meinem tiefpunkt nach dem schalke spiel aber trotzdem wenn wir gegen die bayern da ist immer noch ein gewisses feeling da auch wenn sie mal wie früher ist dieses vfb bayern und oben der tabelle das ist ja ein ungleiches duell geworden trotzdem so ein bisschen was an hitze da und wenn die ersten minuten wirklich gut rein startet vielleicht sogar eine erste chance erst nach den ersten paar minütchen dann wird da hitze reinkommen wird die stimmung da sein am samstagabend und wie vorhin gesagt vielleicht hoffentlich gehen sie es ein bisschen ruhiger an wie vor dem james mit dem mit dem james league spiel gegen pc danach weil auch da begründung war eine hinrunde ähnlich klar hinrunde andere situation es war gefühlt spieltag acht oder sowas noch nicht so wichtig wie jetzt aber da waren wir auch zwischen zwei james spiel zwischen barca und inter weil sie was davor und was danach war damals haben wir haben sie uns auch auf die leichte schulter genommen hat auch ein lagesmann gesagt zwischen beiden schämen sich spielen braucht keiner glauben hier irgendwie ruhiger zu machen und sie haben ruhiger gemacht und deswegen am ende in zwei zu zwei auch verdient gewesen für uns damals und dazu noch der typische verlauf beim vfb wäre jetzt eine gute leistung auch wieder vergleich zur hinrunde wir haben absolutes hoch und runter die ganze zeit schlechtes eins zu eins gegen schalke danach ein starkes 2 2 in münchen dann drei woche drauf und schlechtes eins zu drei gegen frankfurt na also ich gehe mal davon aus dass wir auf jeden fall eine bessere leistung bringen als auf schalke muss man auch sagen muss ja besser sein als auf schalke schlechter geht es ja fast nicht also wenn man die erste halbzeit vor einem nimmt also ich gehe tatsächlich von dem klassischen arbeit top team sieg der bayern aus ich glaube nicht dass sie uns da jetzt abschießen werden am samstagabend wir werden uns halt tapfer schlagen wie immer aber am ende halt knapp verlieren wie lange 00 halten lange 0 zu 1 halten dann kurz vor schluss an die entscheidung noch irgendwie 80 oder sowas dann der zwei tore abstand damit die entscheidung für die bayern dann irgendwie am ende 1 zu 3 vfb fanbrillen tipp ist ganz klar ein 1 zu 1 irgendwie ein punkt ergaunert für mir ist auch 0 zu 0 wie 2009 ist mir echt egal aber mein realistischer tipp den ich hier auch anbringe mein tipp 1 zu 3 und dann mal nicht der gesamte spiel hat getippt das gibt es morgen im neuen format wenn ich es hinbekomme so ein bisschen der statistische blick vor allem eben auf unsere teams da unten die 45 teams um uns herum im abstiegskampf natürlich auch der restliche spieler getippt interessant natürlich für uns am meisten bochum gegen schalke die lage ist klar am samstag und trotzdem wird man wieder werde ich auch wieder vor dem spiel auf dem weg ins stadion spätestens irgendwie eine form von hoffnung entwickeln so vielleicht geht ja doch was vielleicht mit ein bisschen glücken und entschieden also ich habe trotzdem eine gewisse lust aufs spiel bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal